Wie man den Lüfter seines Laptops selbst reinigen kann. Punkt Nummer 1. Videos suchen, welches zeigt, wie der Laptop aufgeht. Check. Punkt Nummer 2. Richtiges Werkzeug finden. Zu groß. Der passt besser. Punkt Nummer 3. Nicht vom flauschigen Publikum ablenken lassen. Check. Punkt Nummer 4. Jede einzelne Schraube sicher entfernen, um an den Lüfter zu kommen. Check. Punkt Nummer 5. Lüfter mit dem Pinsel reinigen. Punkt Nummer 6. Alles wieder zusammenbauen. Punkt Nummer 7. Laptop einschalten. Punkt Nummer 6. Verdammt. Mein Fehler bestand darin, dass ich den Akku als allererstes wieder angeschlossen habe und somit ein Kurzschluss entstand. Und die Moral von der Geschichte, Lüfter selbst reinigen, das macht Ligo nicht.